Kirche bei den Heidentempeln haben. Wir wollten keine Kirche haben. Wir wollten keine Kirche haben. Aber es waren keine Kirche für die Griechen. Es waren keine Kirche für die Museen. Das waren keine Göttertempel. Das waren Musentempel. Rechts die Glyptothek. Das erste öffentliche Museum in Bayern. Vor 180 Jahren gebaut. In der Webseite Glyptothek, das erste öffentliche Museum in Bavaria, weltweit 80 Jahre. Jürgen I. hat zu viele Scherze in seiner Residenz gehabt. Heidelberg und Mannheim kamen, um sie vor der Französischen Revolution zu retten, hat man sie hierher gebracht. Nach München. Jürgen I. hatte viele Scherze in seinem Palast, die von Heidelberg und Mannheim wurden um sie von der Französischen Revolution zu retten. 30 Jahre später hat er die ersten öffentlichen Museums gebaut. Hinter der Glyptothek sind die noch berühmteren Pinakotheken, die Bildersammlungen. Behind der Glyptothek sind die die noch berühmteren Pinakotheken, die Painted Collections. Und wir gehen da mit dem Bus hinfahren. Die lefthandseug die Antique Collection. Auf der linken Seite die Antikiansammlung, griechische Vasen sind drin, etruskischer Goldschmuck, Greek Vasen, etruskisch Goldschmuck, Vorhin hat Luther I. einen Triumphbogen gebaut, weil sein Sohn Otto, König von Griechenland, wurde 1832. Im Freund Luther I. hat in der Glyptothek in der Glyptothek in der Glyptothek in der Glyptothek. Otto, der erste König von Griechenland, sitzt hier im Giebel, oberhalb der Dorischen Säule. Otto, der erste King of Glyptothek, sitzt in der Tempenhand above the Doric columns. Er musste 30 Jahre später abdanken, weil er keine Kinder hatte. Seht ihr jetzt später hier auf die Glyptothek, weil sie den Heftschildern. Auf der rechten Seite sieht man Pallas Athene, oberhalb der Ionischen Schnecken stehen. Right Seite ist die Pallas Athena, über den Ionischen Schnecken.